Oh, warte, ich muss ja... Kannst du ja warten? Ja, ich kann warten, Alter. Sag, wenn ich kann. Hallöchen und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von LOL am Abend. Heute mit dem guten Leon. Hallo, Leon. Hi. Ähm, was geht ab? Nichts, ne? Nichts, ne? Das ist wenig. So, ähm, ich sag mal... Kleinen Hänger. Bitte? Ich hab gerade einen kleinen Hänger. Oh, ist nicht schlimm. Ich sag mal, was zur Team-Comp, und zwar, ähm, die Gegner, Thalia und Top, äh, Y als Jungle, je in der Mitte, ähm, Kalista ADC und der gute Tam als Supporter. Im Gegner-Team haben wir einen Drindermehr, äh, ne, bei uns, Entschuldigung, haben wir einen Drindermehr und Top, ähm, äh, ein Lee Sin im Jungle, eine Akali, in der Mitte, den Ezreal, der gute Leon in der Mitte, äh, äh, als ADC und ich als Supporter. Ja, haben wir's. Ja, haben wir. Gut. Ich muss, ich muss eben noch meine, also, sollte ich jetzt einen roten Rand hab, weil ich hab, meine Aufnahmungtaste ist auf 11.9 und dann kommt auch mal dieser rote Rand. Oh, ja, haha, haha, deswegen hab ich, meine Auf, hä, deswegen hab ich die, den roten Rand verschoben, das kannst du machen in den Einstellungen, ne? Geh ruhig drauf, alles cool. Oh, 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 warte, wo mach ich das? Ja, jetzt ist egal, oder? Ja, jetzt ist eigentlich egal. Oder brauchst du, musst du den jetzt weg haben, wenn du mal längers tot bist, so eine Minute kannst du gucken. Ja, aber ich hab die ganze Space drin drücken. Ja, ist nicht schlimm. So, die Kalista ist noch Level 1, wir auch, schade. Ne, ich bin Level 2. Ah, okay. Gut. Ich wollte nochmal sagen, ich bin sehr aggressiver ADC, ne? Ja, ist nicht schlimm. So, gönnen wir uns den? Jo. Ja, also. Oder auch nicht. Nein, er hat hier. Ja, hier ist raus, aber es war okay. Schade. Jetzt hab ich einfach schon übersteuert. Ne, ne, alles gut. Übersteuert gerne. Müsste eigentlich passen. Machen wir hier noch ein bisschen. Zack. So, du hast auch einen YouTube-Kanal gestartet. Ja. Und was geht bei dir so ab? Äh, Overwatch, ein paar Fail-Videos. Okay. Und League of Legends, natürlich. 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 Hab eine Folge bisher hochgeladen bei League of Legends. Okay. Und läuft's bei dir? Äh, ja, zwei Abonnenten, ne? Ja, das ist doch gut. So, ich würde mal gleich jemanden drüberziehen wollen. Ja, kann man machen. Den Tam oder lieber die Kalista? Der Tam, der hat kein Heal. Die haben kein Heal. Gut. Aber der hat halt seine E noch. Ja. Baiten wir raus. Oh, oh. Töte ihn. Gut. Nice. Good job. Bist du tot? Ne. Ach, du bist da? Ich hab dich grad gar nicht mehr gesehen. Wär ein bisschen doof gewesen. Okay, drauf. Okay. Oh, scheiße. Ich hab mein Q-Gefail. Ist egal. Flash ist raus. Jawohl. Doppelkill. Sehr gut. Doch. Ja, gut. Zählt. War kein Offizieller. Hätt ich nicht geflasht, wäre ich tot gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ich geh jetzt auch mal back, ne? Ich spiel voll Adi, wollte ich nochmal sagen. Manche spielen ja SWR auf AP. Ja, und kaufen sich mal eine Mune einfach. Ja, mach ich auch. Eigentlich. So. Ich geh jetzt auch mal back. Lol, am Abend läuft grad auf meinem Channel relativ gut, tatsächlich. Ähm. Und wenn ihr wollt, Leute, dann könnt ihr euch auch, äh, könnt ihr auch eine Runde mit mir zocken. Ihr müsst mir nur eine private Nachricht mit eurem Skype und vielleicht einen kleinen, ähm, einem kleinen Anschreiben, was ich denn damit zu tun hab. Nur euer Skype-Name bringt mir leider nichts. Einfach kurz schreiben, dass ihr hier mitmachen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Bei einer gepflegten Runde, lol, am Abend. Schreibt's einfach als private Nachricht. Und wer's nicht kann, äh, wer nicht weiß, wie eine private Nachricht zu schreiben geht, der soll's einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Und dann findet sich sicherlich einen Termin. Ja, ich war grad kurz AFK wegen meinem Bruder. Ja, ist der da? Ja, der war grad kurz da. Ah, ist er nicht mehr da? Ne, der ist grad abgehauen. Ach, schade. Der hat sein Stromkabel vergessen bei unserem Vater. Oh. Der gute Dominik, der Mainstreak, äh, werden vielleicht die ein oder anderen LoL-Gucker kennen, ähm, ist Leons Bruder. Komm, drauf auf den. Ja, okay, easy. Du willst nur auf den Boy. Weiter, 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 einfach drauf. Ach was, warum soll ich denn tot sein? Okay, wir retten den. Ach was, komm, drauf auf den. Was, was gibt's da? Nichts tot. Äh, jetzt gehst du zu die. Ja. Du bist gleich tot, wenn du so weiter machst. Ich geh mal back. Das ist ne gute Idee. Ein bisschen Zeitung muss man auch mal spielen. Mein Bruder kennt jetzt sicher vom Rengas-Spielen. Ja, vom Rengas-Spielen. Komm, wir gehen jetzt drauf auf die. Okay. Man, ich hasse das mit diesem Rohr. Oh, 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 why, why, why? Und tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Wir sind halt jetzt rippt. Schade. Leider. Oh, lol. Aber ich hab's noch. Nein! Jawohl. Ja, nice. Die Heal trotzdem raus. Ja, und sie ist tot. Ja, und sie ist tot. Hat voll funktioniert. Aber wir rippen gerade. Alles ist okay. Ja. Ist das passiert, was ich gehofft habe? Dass die ein bisschen nicht gerade so gut dabei sind. Och, es geht doch. Du stehst 3-1 und ich stehe 1-1. Es geht doch. Ja, ich hab gehofft, dass die nicht so gut dabei sind. Ach so, ja, sind sie nicht. Dafür ist der Yigu dabei. Da stehen nämlich 3-1. Was? Muss ich also carry'n? Hab ich gehört. Ja, unsere Kalif steht 1-2. Wir beide carry'n einfach, okay? Ja, das kriegen wir gebacken. Ich lasse die ganze Zeit Space zu drehen. Aber egal. Was kriegen wir jetzt denn? Ich hab Ultimate. Jo, sehr gut. Ja, ich hab den Puls vorher. Ja, dann aber durch die Hexhechtruhen kriegt man die relativ einfach. Ja, ich hab den bezahlt. Ja, wenn du das kannst. Oh, da oben, da oben geht's ab. Ja, gehen wir rein. Jo, machen wir. Kannst du ziehen? Ja, wen? Die stehen halt alle auf einem Haufen, ne? Jo, ich hab einen. Komm mal auf die Akali. Auf die Kalista. Gut. Easy. Einfach töten. Und da ist der Yigu. Ich kann den nicht rüberziehen. Oh, oh. Ja gut, der ist dumm. Der ist einfach nur dumm. Der ist Ripp. Der ist so dumm. Schade. Hätte ich denke ja auch noch gehabt. Wäre gut. Also ihr solltet nicht denken, dass ich jetzt gut bin, ne? Ja, nur weil ich grad positiv stehe. Ich bin eigentlich relativ bad. Ja, aber es hat auch gut funktioniert. Ja, wir spielen gute Kombo. Ja, das stimmt. Drake, die machen den, packen die locker. Wir machen so lange. Okay, machen wir nicht. Ja, dann doch. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Kenn ich auch hierhin. Aber das mach ich erst, wenn du ein Loper bist. Ja, nee, bin ich nicht. Alles cool. Mein YouTube-Kanal hab ich schon ein bisschen. Also den hab ich jetzt seit zwei Wochen. Aber ich hab halt noch nie, wenn ich Videos hochgeladen. Also ich hatte es vor. Und dann konnte ich halt nur diese Fail-Videos hochladen bis da. Weil ich ein kleines Problem hatte, hat Sascha mir zu... Ne, Sascha? Ja, ja, ich hab dir da geholfen. Du hast den falschen Format hochgeladen. Aber das... Ja. So. Oh, oh. Ja, sehr gut. Schade. Okay, wir müssen weg. Ich glaub, da kommt jemand. Ja, die Y. Und du bist... Warte, ich schütz dich. Nein, lauf, lauf. Alter, ich schütz dich. Lauf jetzt einfach. Lol. RIP. OITI. Aber man, ich weiß ja eigentlich noch... Den... Ja, sorry. Ich bin nicht grad best. Eddie Killed. Ach, komm. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Ja. Shit. Ne, du hättest einfach weglaufen sollen. Ja, gut, ne? Ich hatte eigentlich eingefallen, dass ich schon Smite hatte. Aber... Das war wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Ja, das war nicht so toll. Kriegen wir noch hin. Oh, Daddy, what do you? What do you? Aber unser Tower ist fast dauernd. Ja, der soll den ruhig schützen. Ist gut. Ich kann mal eine Ulti einschießen, ne? Wenn du save ihn. Könntest du ja. Oh. Oh, 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 oh. Oli, please. Der hätte Lock- und Doppelkill kriegen können. Ja. Der war eigentlich ein Take-It-Easy. Aber ich hab Air-Sword. Dank dem... War es grad ein Triple-Kill? Ja, ne? Ja. Hast du vor jemanden so? Weil die sind relativ low da am Tower. Willst du schnell pushen? Ja. Guck mal. Jetzt. Gut. Gut, schau. Ich wollte nicht, dass er eh einsetzt. Ja, ist okay. Ich denke den aber lang. Gut. Kannst du ja ruhig ein bisschen Farben nehmen. Ja. Wir sind grad relativ gut dabei, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, ich geh mal ein bisschen rumworden. 6-2-2-2. Kann man auch mal machen. Aber warte mal. Die Kalista, sollen wir uns die holen? Du hast Heal, ne? Äh, ne. Nicht mehr. Dann bleib mal ein bisschen weg von ihr. Ich geh mal hier oben. Warte, warte, warte. Jetzt drauf. Jetzt. Oh Gott, da ist ein Ding. Time-Crench. Schlechte Idee. Einfach laufen. Du solltest am besten ran. Geh weg. Ich komm jetzt auch. Okay. Gut, dann geh ich weg. Die Top-Lane wird ein bisschen rasiert gerade. Oh, pff. Ich schreib jetzt einfach nix. Ne, das ist immer am besten. As long as it takes. Lol. Hm? Seit wann ist Infinity, äh, also, ich hab das ja auch, Stärke der Dreieinigkeit mit, ähm, Stachel. Oh. Stärke der Dreieinigkeit ist auch, äh, jetzt nicht mehr für die Zielgruppe, die man früher hatte. Also, die sind jetzt komplett geändert worden mit dem letzten Patch. Ja. Das ist schön, dass du Patch-Notes liest. Ja, mach ich doch immer. Das ist gut. Ja, ist komplett geändert worden, tatsächlich. Ja. Komm mal her, komm, wir holen uns die. Ich find's irgendwie nice auf Ezreal. Mit Stachel. Ich hab ja Ezreal Level 4, warte. Komm, geh mal drauf, 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 drauf. Komm. Sorry, ich hab gar nicht gesehen, dass du da hinten warst, weil ich, ähm. Alles gut, ich fick die alleine. Ja, ich hab Ulti. Ja, jetzt komm mal her. Die Töne sind doch normal. Meine Güte. Ja, wenn man Ulti, wenn man kann, dann machen wir das. Ach, Mann. Du kannst mal ein bisschen die Ulten ein bisschen globaler rumschießen. Nee. In Yi oder so mal. Nee, Yi ist schon feeded. Was soll ich da noch machen? Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wollen wir den Yi rippen? Ja, dann holen wir uns kurz. Wir sind ein gutes Team, Sascha. Ja, läuft ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Ah, ne, Y. Ja, die frippt. Nee, in der Yi. Yi, auf den Yi. Oh, lol. Ah, schade. Ja, schade. Ja, das war nicht so gut. Ich hab meinen Flash ein bisschen zu spät gemacht. Der war komplett unnötig, mein Flash. Oh, ich hab meinen noch unnötiger gemacht. Schön. Ah, jetzt haben wir keinen Schlaf den Kill. Alles gut. Ja, ey, jetzt haben wir keinen Schlaf den Kill. Ist doch alles gut. Alle sind noch drin. Wir können noch gewinnen. Yi steht 7-2. Es wird echt schwierig. Ja, ich stehe auch 7-3. Ich frage mich gerade, wo ich die ganzen Kidze habe. Ja, von der Laning-Face. Äh, unsere Tower unten fällt. Das Doofe ist, ja. Hast du Ulti? Nee, noch nicht. Nee. Leider. Aber egal. Ja, die sind eh schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Das ist wahrscheinlich Kalista's first game. Weil die Kalista's ja momentan free. Keine Ahnung. Das kann ich dir gerade sagen. Ja, die ist free. Die spielt ein Kumpel von mir momentan gut. Also Arma, der einen Bann hat. Okay. Drin da geht die. Die spielt momentan auch ein Smurf. Der hat einen Bann, weil er einfach toxic war. Wer? Arma. Mit denen ich eigentlich diesen Kanal vorhatte zu machen. Okay. Ich poke den jetzt, okay. Was? Und der ist gebannt. Wie lange? Äh, bis Freitag heute. Der ist in zwei Wochen Bann. Ich geh rein. Okay. Wir können aber nicht viel machen. Musst du ein bisschen abhauen. Ja. Oh, Leute. Ich hab die Akali nicht mitgehealt. Alter, hast du den Schaden gesehen? Alter, ich bin ein Overskiller. Good job. Ja. Easy. Oh. Leider hab ich mir den Kill genommen. Das ist auch gut. Good job. Okay. You too. Du bist echt ein guter Sub mit Blitzcrank. Muss ich sagen. Ja, geht. Ich kann S-Ray. Ich bin eigentlich scheiße mit S-Ray. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh. Oh. Ein Yi. Der Yi ist gefährlich. Na, der ist nicht. Na gut. Dann geh mal halt auf den drauf, ne? Ich hatte grad so. Alter, ist der Li dumm. Der Li hat den grad wirklich gerettet. Oh, Leif. Rap. Ich bin Rap. Ja. Man, ich schreib schon wieder einfach nichts besser. Ist das. Boah, ich hab Stärke der Dreieinigkeit, würd ich mal sagen. Oh, Leif. Tschüss. Rap. Ne, der überlebt's. Also, man merkt überhaupt nicht, dass ich S-Ray Stufe 4 hab. S-Ray Stufe 4? Ja. Ja, das geht, aber das tut gut. Ja. Ich spiel S-Ray, aber nicht mehr so viel. Wir wollten bei diesem Mr. Mike AP Cup mitmachen, ne? Äh, ja. Kann sein. Kenn ich nicht. Ich konnte, da musste ich, ähm, AD Carry gehen. Ja. Das ist so ein YouTuber, der Leute spielt. Okay. Ja, den kenn ich schon, aber ich wusste nicht, dass der da irgendwie einen Cup hat oder so. Ja, der hatte ein Turnier mitgemacht, von Riot erlaubt und so. Okay. Ähm, und da wollten wir eigentlich ja mitmachen, ne? Muss ich dir echt meine Geschichte erzählen. Da hat der sich einfach gedacht, ja, ein jahrelang, ich bin gebittet, hat unser Team rausgenommen. Sozialismus, ne? Warum? Weil ein jahrelanger Zuschauer unbedingt mitmachen wollte. Okay. Okay, raus auf den. Ich kannte den YouTuber vorher nicht wirklich. Oh, Ii. Da ist ein Ii. Ja, der rippt mich. Ich, ich kann ja einfach nur popen. Oh, ich hab gesagt, der stammt auf mich raus. Ich guck das, warte mal, ich guck, dass ich ihn ziehe. Ähm. Ach, Kacke. Pratsum ist der ja nicht rippt. Der ist halt ein bisschen peedet. Mhm. Ey, Twindermare ist doch nicht ganz ernsthaft im Jungle gestorben, oder? Keine Ahnung, was der jetzt gestorben ist. Wie kann man mit Twindermare im Jungle stehen? Sag mal bitte. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß nicht, ich und Sascha können ja vielleicht nochmal aufnehmen, ne? Ja, bei Gelegenheit auf jeden Fall. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich nie mittags oder so aufnehme. Oh Gott, ich hab mein Ding verfehlt. Lauf. Achso, du bist gar nicht da dabei. Ja, du, dann. Das ist ja eh wurscht. Halia gerippt. Ich werd jetzt aber sterben. Der Yi kommt in meiner Richtung. Kannst du ihn hocken? Nö. Ja, geh back. Der Yi rippt uns sonst gleich noch. Lass back gehen. Komm, wir holen den Boy. Ich hab nur noch 300 Mana. Ja, egal. Kriegen wir hin. Ja, der hat sein Heal. Wow. Ich will noch Indie Wrave haben und dann geh ich back. Okay. So, gut, stopp. Back. Ich mag die Backfall-Animation von dem Athera Skin irgendwie. Ja, der ist doch nice. Gefällt mir auch. Ich mag die erste Entwicklung von ihm nicht, aber die letzte. Wie die letzte Entwicklung? Die letzte, wo er sehr super cyber ist. Wann wird der der? Ähm, ab Level 16. Ach lol, das hab ich gar nicht gewusst. Der entwickelt sich immer so weiter höher. Er wird auch irgendwann größer. Jetzt bin ich Stufe 1 noch. Ja, du bist ja 9, Level 9. Ja. So höher sich die Ulti entwickelt, so höher wird das. Okay. Komm, dann gehen wir jetzt mal die unten, die Botlane einreißen. Ja, aber ich laufe da so lang. Wollen wir nicht der Akali lieber helfen? Nö, der Yi ist eh schon gefeatet. Ja, stimmt. Oh. RIP. Ich hab so ein Gefühl, du bist gefressen. Ja, lass ihn. Aber der Yi war voll unnötig von mir. Weiter drauf. Du kommst her. Und du bist gerittet. Oh, je. Je. Hast du Je aufhalten? Ja, ich probier's. Ja, Alter, je. Ich wollte ihn eigentlich rüberhooken, wenn ich rüberflash, aber konnte ich leider jetzt nichts mehr machen. So, wo kann ich das jetzt umändern? Das nervt mich ein bisschen. Keine Ahnung. Irgendwo bei Tasten, bei Hot... Äh... Gute Frage, wo man... Bei Hotkeys vielleicht? Nee. Ich weiß nicht. Muss ich gucken. Äh... Menüs. Oh, Alter. Neun. Warte. Ich mach das jetzt mal auf F1. Nee. Falsch. So, ich hab's... Ja. Ich bin zufrieden. Ah gut, hast du ihn bekommen. Ja. Ich hab das jetzt auf F1 stehen. Mann. Was macht ihr da unten? Äh... Ich hätt gern Hilfe, aber... Na gut. Die wollen wir nicht helfen. Die gehen da nicht rein. Ich war ganz kurz AFK. Hm. Oh. Also, dat war dumm, Talia. Also, wenn ihr dat auch dumm fandet. Also, auf meinen Channel. Also, wenn ihr das seht. Also, meines Zuschauer. Dann sagt man, ich hab mal einen Kontakt auf das Sturmlaufen der. Weil die ist einfach... Stand da, die hätte weglaufen können, ne? Ja. No, tschüss. Oh, scheiße. Ich hab' Fehler gemacht. Tschüss. Ich bin RIP, alter. Wenn das nun war vom Leon, dann dürft ihr das gerne bei mir in die Kommentare reinschreiben, ich hab dich gerade die ganze Zeit on-screen Was mein letztes Video sehen müssen, da hab ich auch einen Kumpel von mir aufgenommen, Kaita und Arma Der Kaita hat einfach Six gespielt und das war so witzig Der hat die ganze Zeit gegen Swain gefällt, dann meinte er mich zu play, ich hab einen Kill und ich kann Six gespielt, hab Swain gegeben Der meinte ja, deswegen ist das Spiel jetzt vorbei gewesen Ach, das war witzig, die Runde Ich glaub, da ist ja sogar kurz AFK gegangen Jedenfalls Sascha, mit dir läuft's gerade auch gut eigentlich, wir beide, aber unser Team nicht Ja, der Rest läuft halt nicht, aber das ist nicht schlimm So, kommt's vor, deswegen ist es ja normal Da kann man nicht, da kann man so drüber hinweg schauen So Mein Ulti war on Raw Alter, ist die Talia bad Also ich wär echt nicht froh, hätte ich die in mein Team He's not good Oh, danke Italia is not good, Alter So, baited Komplett gebaited Haha SSB Stufe 2 Mein Anzug hat sich jetzt ein bisschen verändert, oh scheiße Ah, ich kann's so kotzen, ey Hat er grad schon wieder Serie geschrieben, äh, geredet, weil ich Scheiße gesagt hab Ich hab irgendwie so ein Scheißprogramm auf meinem PC, dass die ganze Zeit Serie spricht, wenn ich irgendwas, ähm, einspeichern und so Du hast nen Mac Ja, das hat mich komplett genervt, ey Easy Ulti kommt Bait Alter, wie du den baitest, Alter Locker, Alter Ja, genau Gut gebaitet, ne Wir sind alle tot Ripp, Alter Ripp Die Mensch nicht Hm Alter Ja Und Schiss Ha, Talia Das wär echt Ripp gewesen Wahrscheinlich, ja Der He Ja, ihr seht, dass ich einfach einen Folgen kaufe Ich weiß mein eigenes Bild noch nicht für S3 Ich glaub das einzige, wo ich bisher ein eigenes Bild hab, ist He SchifT Aber es braucht musst du halt dabei, Alter ja, so viel zertipp Tschüss So Say goodbye Wenn die jetzt wieder fuck you schreib' nehe? Also dann wirds echt unsozial hier Wir spiel in League of Legends Ja, stimmt Waren das ist Franzose Na, Spaß Ich hab nichts gegen Franzosen Ich bin selber mit einem Franzosen gute Freunde Okay, und der Freund meiner Mutter ist Franzose, aber YOLO. Fuck you! Oh, nice. Sehr gut. Jetzt kann der Schwinder mehr wetten. Da oben sieht man nochmal dieses Fuck you, was sie nochmal geschrieben hat. Glaube ich, keine Ahnung. Wenn das nicht stimmt, dann schreibt mal bitte in den Kommentaren, dass ich dumm bin. Okay, es kommt jetzt 50.000 Mal. Leon, du bist dumm. Du willst viele Kommentare rausholen, ne? Nein. Ich merke das schon. Nein. Ich bin gleich tot. Ich aber nicht. Alter, Sidestep. Geil. Nice geflasht. Die kommt einfach wieder. Ey, wir können das doch gewinnen, Leute. Ja, ich denke auch. Wir haben ne Chance. Wir kriegen den Twindermeer langsam peated. Oh shit. Alter, haut die Damage rein. Mhm. Die Vi, ne? Also nicht die Kalista. Kalista ist nicht gut. Und ich sag jetzt mal nix zu diesen... ...Twindermeer. Den Twindermeer hast du super gemacht. Ich denke mal jetzt positiv. Okay? Gut. Weil er hat nämlich dafür gesorgt, dass die weggekommen sind. Alter Leute! Ähm. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, okay. Outplayed würde ich mal sagen. Tplay. Sascha, haut sie auf! Komm! Haha, du bist echt unsozial. Ja, meine Lache ist ein bisschen behindert. Ne, Sascha? Äh, geht. Ich wünsche wieder tot. Gut. Ey, du hast vorhin versucht Kommentare rauszukriegen, ja? Aber wenn ihr mit spielen wollt, wenn ihr nicht wisst, wie man eine PL schreiben könnt, dann könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben. Ja, ja klar, aber es gibt einfach viele, die mich fragen, wie man private Nachrichten schreibt. Weil das einfach nicht jeder weiß. Ja, ja. Es ist auch nicht einfach. Ich wusste das anfangen ja auch nicht. Ich weiß noch, wo ich die geschrieben hab wegen dem Turnier. Ja, eben. Also manchmal ist es echt ein bisschen schwierig. Boah, da war ich noch richtig inkompetent mit YouTube. Und deswegen, ähm, sollen sie es... Ne, das hat nichts mit, weil ich 250 Milliarden Kommentare will, sondern einfach aus dem Prinzip, wer mitspielen möchte. Da geht eher das Mitspielen... Das kann auch bei mir machen. Genau, da klaut ihr mir meine Idee. Nein, das habe ich auch schon in ein paar anderen Videos gesagt. Echt? Ja. Okay, das will ich sehen. Das habe ich, glaube ich, in einem Video gesagt. Glaubst du? In Overwatch, glaube ich sogar. Wer in Overwatch mitspielen will, habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Gut. Ripp, Alter. Ich ripp hier gerade richtig, Alter. Wollen wir die Rippen? Können machen. Ich bin aber ziemlich lowlife, ne? Jee! Nein! Schon wieder! Du aktivierst immer deine Dinge, wenn... Na. Wenn er auf mich drauf springt. Mann, ey. Ich bin so inkompetent. Hallöchen! Jee! Hallöchen! Den Jee kriegst du nicht, ich schwör dir. Ach shit, der Tower ist ja auch schon weg. Oh mein Gott, du bist Ripp. Ach, was glaube ich nicht. Oh ne, den geht lieber der In-Hip vor. Dann will ich eher den Jee hooken. Moin. Haha, Sascha. Sascha macht einfach YOLO-Move. Sascha, du bist ein guter Blitzcrank, muss ich sagen. Dankeschön. Du bist ja einer der besten Blitzcrank, die ich je gesehen habe. Oh Mann, Alter. Wie kann man denn den Jee so hardcore viel gehen? Man läst zwei nicht die Folge hoch. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken. Ich render sie jetzt dann nach dem Game. Direkt. Und, äh, schmeiß mich dann in die Badewanne und dann mal gucken. Erstmal baden. Hast du grad gesehen, wenn ich fertig gemacht habe? Ja, ein 20 HP Jee. Und ne 10 HP, äh, Y. Ey, das stimmt gar nicht. Hm, der war nicht schlecht. Take it easy. Haha. Es war alles geplant und easy ausgeführt. Ja, wahrscheinlich. Das war überhaupt kein Luckshot, was ich da grad gemacht habe. Ich mag Eswin mit seinen Luckshots. Naja. Okay, ich kann's auch... Ja, alle Skillshots, ne? Kannst ja auch genauso gut Jings spielen. Mit der Ulti. Ja, das stimmt. Denkst du, dass du mir auch wieder mal geholfen hast. Ich hab... Ich steh 20, 8. 20, 8? Ja. Ja, also guck, dann siehst du wenigstens zu in deiner Aufnahme nicht bescheuert aus. Ja, du stehst 3, 9 bei dir, bei dir hast du das gezählt, ja. Das sind auch nur 12 von 42 Kills. Ist auch nicht die Welt. Ja, ich hab aber alle Kills... Ich hab die ganze Talia gerackt. Und da wart ihr... Da war halt keiner von euch dabei. Ey, was flasht die weg, Alter? Das ist unten. Oh, der Yi. Warum geht man auf den Yi nicht drauf? Oh, Alter, da geht mir... Ich war grad nicht da, sorry. Du warst da? Ja, ich mein ja nicht dich. Ich mein dir denn nie eher. Da! Der hat mir schon wieder... Der hilft mir nie, ne? Der hat mir bisher nicht einmal geholfen. Das find ich aber nett. Und du? Ja, auch nicht so. Gut. Du musst auch herausfinden, wie das mit dem Rendern richtig geht, wenn ich auch so Videos für Sascha, ne? Was denn? Ich kapier jetzt noch nicht ganz mit dem Rendernprogramm. Ach so? Ähm... Ja, wenn das bei dir ganz so mit dem Hochladen geht, dann musst du eine gute Internetleitung haben. Wenn ich's nicht... Wenn ich eine gute Internetleitung hätte, würde ich's auch nicht rendern. Ein bisschen was zusammenschneiden, logisch, aber... Ich hab eins kaum... Äh, bei mir sind die in einer Stunde hochgeladen. Ja, das ist nicht schlecht. Das PC heute Nacht an, denk ich mal. Okay. Kriegst du ein Stück geschenkt, oder was? Äh, muss ich ja nicht bezahlen. Na gut, wenn das so ist, dann... Okay, das klingt egoistisch. Das klingt richtig halt egoistisch. Sagt da keiner was daheim? Hey, nö. Okay. Ich muss das noch mit der Werbung rausmachen. Ja. Gleich mal einen Kritikpunkt hier. Ist das so, Alter? Werbung bei 12 Abonnenten, ey, nicht schlecht. Jaaaa... Hätte ich mir... Das erlaub ich mir nicht mal mit meinen... Ja, du bist aber schon ein bisschen weiter, ne? Ja, aber ich erlaub mir das nicht. Ich mach keine Werbung drunter. Ne, ich will das ja auch wieder rausmachen. Das ist gut. Nice. Aber dann muss ich immer wieder auf alle Videos klicken. Dafür bin ich einfach nicht da. Du bist... Hast sieben oder acht Videos hochgeladen. Hey, nee. Zwölf. Also jetzt wollen wir hier mal nicht anfangen zu lügen, Sascha, ne? Ja, zwölf. Dann musst du zwölfmal klicken. Das ist ja bad. Hey, nee. Ne, es ist viermal. Viermal pro Video klicken. Oh, lol. Das sah witzig aus, Sascha. Ja, fand ich zwar nicht so, aber... Oh Gott. Sascha... Oh, lol. Wie witzig das aussieht. Bei Kindred sieht das... Hey, vergiss das, Leute. Das schaffen wir nicht mehr. Boah, das tue ich mir jetzt nicht weiter an mit dem... Den habt ihr so krass gefeedet. Also, da haben wir es so krass gefeedet. Hä? Ich? Ich sag ja nicht, dass du... Aber das kannst du ja einfach... Das kannst du ja keinem antun, Alter. Ja, okay. Bestimmt. Ich mach mal die Abmoderation, habe ich gerade entschieden. Ja, mach mal die Abmoderation. Das war's auch mit dieser Folge mit Sascha. Mhm. Ähm, League of Legends. Ich denk mal, ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Jedenfalls, schönen Abend noch und... Viel Spaß bei League of Legends. Bye. War das jetzt gerade ein Kuss? Nein. Was war das dann für ein Geräusch? Keine Ahnung. Was hab ich denn gemacht? Weiß ich nicht. Na, liebe Freunde. Also, ich wünsch euch was. Haut rein. Ähm... Wie gesagt, wenn ihr auch mal mitspielen wollt, dann meldet euch. Egal in welcher Artform. Macht's gut. Bis dann. Ciao.